So, willkommen zurück in einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Wir sind jetzt hier mit Connor bei dem alten Mann und hatten ja letztes Mal schon angefangen letztes Mal schon angefangen, diese Schätze zu holen, die wir hier haben, beziehungsweise den hatten wir eigentlich, glaube ich, schon geholt. Ich spreche übrigens jetzt durch mein neues Mikrofon. Ich hoffe, man hört den Unterschied. Ja, das kriegen wir gleich schon hin. Mach dir mal nicht ins Hemd. Jetzt will ich erstmal gucken, dass wir noch den Schatz kriegen. So, das Mikrofon ist jetzt noch nicht optimal, also noch nicht so in der optimalen Position, würde ich fast meinen. Das steht nämlich hier noch links neben mir. Ich hätte das aber eigentlich nicht ganz gerne vor mir gehabt. Das mache ich am Wochenende. Dafür brauche ich erst fast ein Werkzeug. Und das wird jetzt am Wochenende passieren. Aber ich wollte das trotzdem schon mal ausprobieren. Ich denke trotzdem, dass es auf jeden Fall besser ist als vorher. Der quält den Gaul aber nicht schlecht. Komm. In der Hoffnung, dass der Gaul uns überhaupt hinbringt, wo wir hin müssen. Ich glaube nicht, dass er uns da hinbringt. Ich versuche den Rest nur als den Fuß zu machen. Hat letztes Mal auch ganz gut funktioniert eigentlich. Hallo, waschbären. Cool. Ich hatte eigentlich gehofft, der hat da gespeichert, hat er aber anscheinend nicht. Weil da waren wir ja letztes Mal eigentlich schon. Na gut, nicht so das Problem. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Ja, hier kommen wir hin. Das ist nicht das Thema. Aber dieser andere da, der hat mich noch so ein bisschen frustriert. Der hier. Ich versuche mal, hier oben hochzukommen. Vielleicht bringt uns das jetzt zum Ziel. Schauen wir mal. Ich denke, wir müssen hier lang. Wir müssen dann hier hoch. Wenn es auf jeden Fall hier hoch geht. Wir müssen nur oben bleiben, irgendwie. Hä? Oder auch nicht. Naja, Vieh, du brauchst jetzt gerade keine Angst vor mir zu haben. Ich bin gerade auf was ganz anderes scharf. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Ja, komm, der muss doch wohl hier die Wand hoch. Das kann doch nicht sein. Da geht hier nicht die Wand hoch. Das geht's doch nicht. Das geht ja auch nicht hoch. Nee. Wir haben ja noch nicht schon gehabt. Äh. Ich krieg plack. Shit. Ja, da scheinen wir wohl nicht hinzukommen. Hat er das denn jetzt gespeichert wenigstens? Ja, den einen hat er gespeichert, den anderen kriegen wir wohl nicht. Ja, was soll's. Egal, komm. Machen wir weiter. Ich kann's nie ändern. Oh, oh. Der ist ein Tatter-Greis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer ist denn hier? Das gibt's für die feuchten Träger. Das ist aber gut. Auf, bevor was schon alles passiert. Nein. Das sind aber viele, ey. Ja, hola, hola, hola. Bäm. Jawohl. Du machst es nur noch schlechter. Bäm. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Ah, heftig. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Leben. Wir wollen hier auf. Haha, wir räumen hier auf, sagt er. Und dann sollten wir mal reden. Aha. Jetzt will er auf einmal reden. Ja, ja. Ja. Gucken wir doch mal, was er mit uns reden will. Haha. Scheiße. Okay. Shit. Nicht deine Schuld. Dir wird bald alles aus seinem Handler fallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Agedon. Radon Agedon. Genau, nun, ich werde nicht anders als Super ausrichtig auszureichen. Haha. Da geht's mir ähnlich. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol zurückkommen. Weißt du überhaupt was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch, bist du hier? Der Geist sagte, dass... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkommt. Ach, du weißt du, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Hoffentlich hält der Stuhl dieses Mal. Oh, nein. Das war ja eine kurze Geschichte. Schade, schade, schade. Oh, das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Oh, das können wir besorgen. Dann kauf es. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? Weil er kein Geld hat. So naiv. Hier lang. Na, wo kommen wir denn hier hin? Oh. Oh. Oh, oh. Cool. Ich bin mal ganz schwer gespannt jetzt. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wirst du ein Assassiner. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Wer bist du? Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab danke. Ich bin Achilles. Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Ich bin okay. Ich muss nur ein Stubkommen kommen. Ich muss nur ein Stubkommen kommen. Ein Nichts. Du und ein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck. Die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Tabletten? Was sie immer schon wollten? Kontrolle! In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Oh, er kennt doch seinen Vater. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Ehe ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Er weiß doch, dass er sein Vater ist, okay? Ein rübelhafter Mann. Sequenz 5. Mission beendet. Jawohl. Und so übte ich. Ich rannte. Ich kletterte. Ich kämpfte. Ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es zwei Lektionen für den Geist. Sprachen. Philosophie. Logik. Die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen. Ihre Strukturen. Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter. Lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Ja. Verlassen. Nee. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Na doch, wir müssen schon raus. Zur Hauptmission. Okay. Hm? Hä? Ja. Ja toll. Wir auch. Super. Super. Ja. Ja toll. Ja. 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 Ich würde sagen, wir machen hier direkt mit der Mission weiter. Achilles Botendienst. Aha. Ah, da haben wir morgen. Okay. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Gute Idee. Er ist draußen und ich soll in die Kutsche steigen? Was ist das denn für eine Nummer? Ich hätte es ja eher andersrum gemacht, ehrlich gesagt. Ja. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ha ha. Geil. Sequenz 5. Boston, 1770. Jawohl, wir sind zurück in Boston. Sehr cool. Achilles Folgen. Heute bevorzugehe ich die Ruhe des Landes. Hahaha. Es gibt so viel Leben. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Wo will er hin? Ja, hallo. Da bin ich mal gespannt drauf. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier. Wo Italiener durchgehen. Besser man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Quatsch. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Das ist richtig. Connor. Ja, das ist dein Name. Jawohl. Fort mit dir. Jawohl. Wir sind Connor. Der Indianerjunge. Alias Spanier. Supi. Jawohl. Jetzt haben wir natürlich noch Idealer-Klamotten an. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Der wird wahrscheinlich auch noch neue Klamotten kriegen. Schwebt da eine Alba nach Seite? Da schwimmt eine Alba nach Seite. Da. Dammit. Die ist schon eine ganze Ecke weiter. Da hinten. Entschuldigung. Da bleibt die auf jeden Fall. Ah. Scheiße. Ich dachte, wir kriegen die diesmal. Platz hier. Das könnte glatter Laden sein, in dem Benjamin Franklin ist. Was? Schauen wir mal. Ja, als Spanier hat er aber bestimmt keine Idealer-Klamotten an. Nein, nicht direkt. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Schon hat er ein Grinsen auf dem Wacken. Einiges davon habe ich. Einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am Statehouse. Ich sollte zurück zur Fenns. Wer sitzt im Parlament für Posten? Wie New York. Für Bezehung. Alle Mann! Kommt mit uns! Ja. Vögel und Gesocks! Kommt mit mir! Wir gehen zum Zollhaus, um es den Rothreuthen mal ordentlich zu geben! Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir! Wir zeigen den Rothreuthen, was der Hakel! Kommt mit zur King Street! Wir zeigen's denen! Am Zollhaus ist was los! Kommt alle mit! Die Unterdrückung endet hier! Wir nehmen, wir treiben nicht länger hin! Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da los ist. Unsere Kämpfe nie genug erduldet. Erlaubt sind die Akku der Fenster. Was ich für euch bitten! Es reicht! Die Unterdrückung endet hier! Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Master! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus euch im Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feindlinge! Sieht mit Gewehren auf Unbewaffnung! Wir haben keine Angst! Was ist da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das heißt, es wird sicher nachgeheben. Du lässt jetzt seinen Komplizen verholen. Du lässt jetzt seinen Komplizen verholen. Oh ja! Da ist er jetzt so. Da ist er jetzt so. Guck mal, dass wir da hinterher kommen. Natürlich ohne, dass er uns entdeckt. Was soll denn diese Aufruhr in eurem Chaos aussehen? Oh! Ah! Was dreht er sich denn auch einfach um? Scheiße! Verdammt, da haben sie uns auf jeden Fall entdeckt. Und rückst und rechts verdreht! Oh! Oh! Hey! Du bist ein ganz schön streitrichtiger Herr! Bruder! Was soll denn diese Aufruhr? Neuer am Chaos! Ja! Das ist ein ganz schönes Eindromus. Ja! Das ist ein ganzes Eindromus! Das ist ein ganzes Eindromus. Das ist ein ganzes Eindromus. Ah, der Typ soll bestimmt von oben irgendwen erschießen. Habe ich mir fast gedacht. Charles Lee. Ja. Schauen wir doch mal, dass wir hier wegkommen. Scheiß die Wand an. Woah, fuck. Woah. Ja, wir sind einer davon. Woah. Woah, fuck. Oh. Oh. Ah, da muss man erstmal anonym werden wieder. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ach, da muss ich nicht machen. Ich würde die Rieden. Was ist die schlechte Form? Fuck, gegen die kommen wir gar nicht an, ey. Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. doch hoffe ich hoffe ich ja wie wir entkommen seht ihr in der nächsten folge let's play assassin's green da ich hoffe ihr seid das nächste mal wieder mit dabei wieder mit dabei wollte ich sagen bis dahin